Wenn was kaputt ist oder Sand in den Membranen steckt. Eine Arbeit, für die man eine Zusatzausbildung braucht. Denn kaputte Technik könnte schlimme Folgen haben. Während der Saison arbeiten sie sieben Tage die Woche. Da verliert man schon mal den Überblick. Wissen Sie, an welcher Tag heute ist? Äh, nein. Ich glaube, ja, irgendwie Wochenende. Ich glaube, Samstag. Aber ich bin nicht sicher. Jeder Tag ist gleich. Am Abend dann eine stille Bucht.